Ja, ich bin heute online gekommen und ja, da habe ich sofort den Raid gesehen, ich habe jetzt schnell das Aufnahmeprogramm noch angeschmissen. Also es ist nichts passiert bis jetzt, außer dass wir halt, ähm, ja, dass unser Darksider halt die ganzen Leute weggekloppt hat, das ist unser Schwächster. Und ja, der hat die einfach alle weggehauen, so wie auch beim ersten Raid, nur diesmal verkackt er schon mit dem zweiten Gegner. Jetzt ist unser Tire, 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 keine Ahnung, äh, dran, okay. Und, äh, okay, Big Alex, mhm, der wird, wird er es schaffen, ich weiß, dass nicht, äh, ja, oh Gott, ich bin noch total, äh, müde, wir haben jetzt jetzt 9.10 Uhr und, äh, Ja, wie gesagt, also, Big Alex hat jetzt, äh, das geschafft, okay, gegen den Klabauten-Clan, äh, Kahn wird das wahrscheinlich nicht schaffen, ich denke mir auch nicht, Muffin, gar nicht mehr, Dope, Holzi, Sportler, Neuzeit. Sieht man eigentlich mich irgendwo da schon, ich glaub nicht, oder? Ne, ich komm wieder nicht ran, Mann, ist das ne Scheiße. Ähm, ja, vielleicht, ne, schade, leider geil, wahrscheinlich. Na, doch, doch, leider geil, schafft das schon. Der kriegt das schon irgendwie hin. Und jetzt. Ui, 2700, und da ist der Hit. Und hier kommt wieder 8388. Ne, warte, oder, im anderen Mal hab ich anders, hab ich irgendwie was anderes bekommen, ist egal. Ich frag mich, was wir heute für den Angriff starten. Okay, wir können erst ab 9.37 Uhr wieder was machen, das stimmt, ja. Ich glaub, wir machen wieder ein Raid, ich weiß es aber leider nicht. Kann ich euch leider nicht sagen, da, ähm, müsste ich jetzt erstmal unseren Guild-Lighter fragen, wie der sich das so vorgestellt hat. Aber ich glaube ja fast, dass wir das, äh, so machen, dass wir jetzt erstmal ein Raid machen. Ähm, ja, soviel erstmal dazu. Ich guck jetzt erstmal ganz kurz durch, ob ich irgendwas Vernünftiges bei ist. Oh ja, tatsächlich, ich hab jetzt sogar Schuhe gekauft und eine Halskette. Sehr gut. Äh, was muss ich heute spenden? Äh, ich guck mal einmal in Skype rein und dann sieht man so eine Scheiße. Nö. Äh, schade. Das war's mit dem, äh, fast spendenfreien Wochenende. Das ist Montag und jetzt geht's wieder los. Ähm, ähm. Ja, was sind denn das für Quests, Mann? Nö. Na gut, Leute, ich denke, das war's dann auch erstmal. Äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hab jetzt nur kurz ein Video gemacht, so, äh, habt ihr die letzten Gegner jetzt noch von den 6,5, äh, Weltmeeren gesehen. Äh, ja, das war nur ein ganz kurzes Video. Das werde ich jetzt, äh, dann auch, denke ich mal, gleich beenden. Aber, wir werden uns doch mal kurz die Nummer 1 angucken. Wie sie original hat's wieder nach oben geschafft, falls ihr wissen wollt. Und hier unten, äh, ballern sich so langsam die Frozen Flames durch. Ähm, ja, es gibt jetzt 31.757 Mitspieler. Und 1.608 Gilden. So, Leute, das war's dann auch erstmal. Soviel erstmal dazu. Ich denke, das hat, äh, ein bisschen was gezeigt, oder auch nicht, wie die White Walkers die 6,5 Weltmeere einnehmen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.